Hallo Leute, was ist denn? Hallo, hallo. Hey Leute, was ist denn? Hallo. Sind Sie gut im Büro, meine Freunde? Ja, ich kann dich nicht hören. Checkt euch auf meine Konnexion, ich kann dich nicht hören. Nicht sprechen. Nicht sprechen. Hm? Woher sind Sie, Leute? In Deutschland. Ich bin auch von Deutschland. Oh, nice. Ich bin ein krasser Gamer. Hast du gehört? Ich bin ein krasser Gamer. Ich hitte denen die Scheiß aus dem Leib hinaus. Hast du gehört? Where are you guys from? Hallo. Hi. Hi. Hey. 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 Okay. Hello. I can go middle. Hello. 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 I think we are going to be the only ones talking Nemesis. Du hörst sogar einen Grillenzirpen im Hintergrund. Das passt so perfekt. I know your voice is yellow. How? I know how are you. Scheiße. Nice videos. How do you know I'm Mr. Tweety? What the hell? You do transmission? On Twitter or what? Yes, I stream on Twitter, yeah. You wanna hear my, uh, deutsche language? Yeah, try. Fuck. Yeah. That's better than my Russian, I think. So you know about, you know, you know about Panzerkraftwagen but not how to say hello and stuff? Yes. Oh, that's Master Guardian in, 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 in. Good job, good job. Mollet jetzt. Yeah, yeah, yeah. Ich hab ein bisschen Angst vor Stammvater im Gegner-Team. Hello? Um meinem Team jetzt reden. Geil, wen haben wir denn? Wir haben Lünch, wir haben Ektosign, wir haben Jufriese, und wir haben... Hab's Beobol. Where are you from? Let's go. Hello, are you from Germany? Yes. Can you answer a question for me? Yeah, what's, what, what is it? Ähm, what hangt there on the Wastline? Say it again? What hangt there on the Wastline? Ähm, mein, mein T-Shirt, meine Hose, mein Unterhose. No, no, no. What's up? You have to say Wast, or it's not funny. Oh, okay. Okay, let's do, let's do it again. Okay, okay. Was? Was? What the fuck? You like cheese, eh? In, uh, in Netherlands? Yeah. Of course. I live in Switzerland now. I think we have better cheese here than you have in Netherlands. No, 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 no. Yes, my friend, yes, trust me. Like gouda cheese and stuff from Netherlands, it all tastes the same. What you saying? Hello? Do you, do you know, uh, Josh Verstappen? Josh Verstappen? Yeah. And, and Max Verstappen. You mean the father of Max, yes. Yes, yes. He was a good driver as well, right, Josh? Yeah, I don't know that. He's not that good. He's not that good. What the hell? No, he's dead. I didn't say he was dead. If you wanna hear some good German rap, you should check out, uh, Tanzverbot. You know him? No. I like dancing. So let me know if you know this sauce, uh, that's from Germany. It's called Heila. Yeah, curry. You know it? Yeah, of course. Nice. I love it. The best ketchup, right? Yeah, it's not really ketchup, but... It is. We don't call it ketchup in Holland. But it says, heila, curry, um, herbs, ketchup, on the thing. Yeah, 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 that's true. Curry, was, uh... Oh, yeah, yeah. Alter, sogar die... Sogar die kennen Heila-Capture. Sogar die haben Heila-Cetchup, und ich in der Schweiz nicht. Was habt ihr für Ranks fragt? Er schreibt einfach für Grantl-Schwitz. Mach einfach n' Flash. Weiße. Nice one. Throw me the Flash bang. Ach, fuck. Oh, watch out, Björn. Watch out. Oh, shit. Besser müsste Office dann sein. Wir flaschen rein. Wir flaschen uns selber. Ich nade erstmal Office. Ich glaube, so war der Fixpunkt. Kann man nicht wahr sein. Oh, Lümmeltüte. Oh, ich schick grad Lümmeltüte zum Teufel, glaub ich. Let's smoke, flash. And let's go. Oh, du kacken, shit, Lümmeltüte. Shut the fuck up, Lümmeltüte, okay? Ja, 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 ja. Okay, come on guys, let's go. I'm not dog-shick, mate. Du kannst dir das nicht ausdenken, was mir passiert, jeden Sonntag. So, wir haben drei Mates, die gar nicht reden. Tuffmonkey, der pre-muted schon war, weil er sonst so toxic ist. Und das Schreiben unter meinem YouTube-Video, was ich heute hochgeladen habe, haben ernsthaft Leute geschrieben, ich verstehe das nicht. Ich habe immer gute Experience, Solo-Kübers 2. Das ist die fünfte Woche in Folge, wo es nach zwei Runden lächerlich ist. Dimka schreibt schon GG in den Chat. Eis, Eis, Hypnotize, drückt uns ein Ace in der Pistole. Josef redet nicht, Mr. Privert redet nicht, Dimka redet nicht. Tuffmonkey geht B beim Alangol. Nein. Er ist Familienvater. Er ist Familienvater und im Match make him muted wegen Full Toxic. Da wird einfach die Mami gecalled im Background. Das Kind spielt hinter ihm und er flamet. Das ist so, als würde hier meine Tochter sitzen und ich schreie einfach einen Shut the fuck ab. You are not toxic, my friend, Tuffmonkey. Why are you muted? Because I say something from Muslims and from Latin, okay? Was, Alter? I say something from Muslims and something racist, okay? Ich muss nochmal daran erinnern, dass das der Typ mit, äh, das ist der Familienvater. Das ist der Familienvater. I say something racist. Und die kleine Pia sitzt nebenan mit zehn Jahren. Ich hab heute eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, das sind nette Jungs. Guck mal, wer sich Pingu und Nana nennt, das sind süße kleine Boys. Die werden gleich richtig niedliche Stimmen haben. Das Wanni wird die nachher bei Steam adden. Wer ist das denn? Schweine im Finn, den hab ich auch verfriendlich. Wer ist das denn? Wer ist denn Schweine im Finn? Es ist Nallik! Es ist Nallik! Und ich sag doch, die zwölfjährigen Kinder. Es ist Kilian, es ist einfach nur Nallik. Check mal Gregor ab. Gregor hat das komplette Steam-Profil privat. Ich recherchiere jetzt bei Nallik, ob es da einen Gregor gibt. Und natürlich gibt's bei Nallik auf der Friend ist einen Gregor. Sag mir bitte nicht, dass das nicht Nallik und dann aber zusätzlich obendrauf auch noch fucking Röder ist. Röder, du kleines Dreckskind, rede jetzt mit mir. Ich weiß, dass ihr jetzt seid, ihr fucking Schicks. Kilian, du kleiner Bastard-Kopf. Und Gregor? Hä? Röder, du Hund? Ist Snipe nen Ratten? Ich lerne auf der Rapidland. Du kommst da in Einzelteilen wieder raus. Okay. Mit großer Freude darf ich euch auch heute meine Teammates vorstellen. Es sind zwei davon direkt insta-gemutet, weil sie so toxisch sind wahrscheinlich, dass sie das Recht verwehrt bekommen haben, mit anderen Leuten zu sprechen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Globaler Mute für Blue und Green. Ich will mein Maid helfen. Ich will dann voll durch Mono. What the fuck yellow? What the fuck yellow? Oha, war auch schön irgendwie immer wieder. Boah. Das ist so ein bisschen wie Halftime und Matchtime-Talk, aber im Match. Eigentlich ist es schön. Das wird noch wild. Ich glaube, ich bekomme mindestens einen Teamkill reingedrückt diese Runde. Oh, wer hätte das gedacht? Animality, can you drop? Deagle? Scheinbar nicht, Air Force. Schade, man kann ihn mal fragen. Jetzt B? Animality geht einfach. Es steht vier, vier zu vier. Er drückt nochmal einen weg und geht. Und der hatte schon Global Mute. Und du merkst nach der ersten Runde, warum das so ist. Wie kann man denn nach dem Spielgeschehen so tilten? Ich meine, ich habe ihn einmal geblockt. Er mich zeitgleich aber auch. Aber ich habe Incident Refrag gemacht. Und er ist so tilten, dass er danach schon das ganze Match trollt. Wir gehen vier, drei in Führung. Und der ist schon so tilten. Was macht der denn den ganzen Tag? Was heißt NX, NX, NX? Und come on? Guck mal, der hat auf Russisch come on geschrieben. Come on. Come on. Skywalker geht. Skywalker holt sich auch einen Bann ab. Why is everyone in Russia so mad, Liquid Poops? Hello. Oh, ich finde es nicht. Ach, hat der, hat der, hat der, hat der eine Bassmaschine in seinem Auto und zockt aus dem Auto oder was brummt da so? Alter, Bierzi lebt in einem, in einem Bus. Der lebt in einem Subwoofer drin. Oh, mein Gott. Alter, speak of one. One more there. Bierzi, kann du sagen was? Are you living in einem Subwoofer? Just like... Hello. I play middle? Oh, fucking Kona. Okay, with guy. Wow, nice. Ich mute ihn gleich weg, ne? Also das fuckt mich grad mehr ab als irgendwelche Leute, die, die mich wegbeleidigen. Do you know what Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist? Ah, there are too lots of, too many. Ey, ich muss den gleich wegmuten, ne? Ich muss den gleich wegmuten, ne? Also ich raste hier gleich völlig aus, wenn der so weitermacht. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich hab lieber einen, der gar nicht redet, als so einen. Da hätte ich wieder lieber Animality. Nice round, good job. Easy, easy. Hat er sich ein A-Cin gezogen? Wie kann man denn so sein, Alter? Ah, ist right on. Bizzy like a-Cin-Limon-Squeezy. Aber macht immer einen A-Cin fertig. Hätte ich den in der Schule als Sitznachbarn bekommen, wäre der eines Abends spurlos verschwunden. Aber wenigstens macht er Kills. Yo, yo, yo. I can go, ey? Wir werden Bus. Was soll das? W-w-w-w-wieso so frech? Where are you guys from? Busfahrer geht auch. Busfahrer aus meinem Team geht auch und verlässt den Server. Oh mein Gott, wo ist Busfahrer? What the hell? Why are you so toxic, mate? Suck, Nervis, what the hell? Mein Gott, geh uns nicht auf den Sack, Mann. Junge, willst du dich vielleicht boxen? Weißt du, wo Duisburg ist? Ja, ist direkt um die Ecke. Ja, da komme ich nämlich her, mein Freund. So wie du dich anhörst, kannst du nicht mal fünf Kilo heben, halt. Also, sei mal bitte nicht so frech. Die wollen die ganze Zeit ihre Mates kicken, machen selber keine Fracks. Die muten ihre Mates weg, nachdem man einfach nur freundlich Hallo sagt. Ich denke mal, das Ding ist weg. Was habt ihr sonst so gemacht heute? Schönen Tag gehabt sonst? Ne? Ja? Ach, okay. Darf ich mich in Molo stellen? Ist das okay bei dem? Weiß Tag, Nervis? Einfach mal aus Versehen einen Timeout bekommen, während man in seinen Molo reinrennt. Okay, er bestätigt auch. Einmal noch. Der muss noch einmal machen, dann ist er weg. Ich stelle dich auch mal rein, mal gucken, was er macht. Dann nimmst du mal hin. Ich darf mal richtig wilde Nate, um zu gucken, was er dazu sagt. Okay, Busfahrer ist auch schon dabei. Ha, vielleicht können wir sogar beide entsorgen. Für ein paar Tage. Da machen wir jetzt nicht mehr die Solo-Cue-Challenge daraus, wo es darum geht, freundlich sein und das Team hier zum Wind zu führen. Sondern wir machen heute die Challenge Müllablieferung. Wir entsorgen den Schmutz, den Dreck, den Müll. Oh ja, der will, der will, der will. Ah, da fehlt nicht mehr viel bei dem Kollegen. Aber Busfahrer aber auch nicht. Und wie ist der noch nicht weg? Oh Gott, mach's, 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 mach's. Mach's doch, mach's doch. Da fehlt noch eins. Also der hat jetzt schon so oft reingehittet. Oder das ist wirklich so ein Arzt, der das jedes Game macht und der kennt sich damit wirklich aus. Wie viel man anhippen kann, ohne Warn zu bekommen. Okay, er hat einen Mollo. Er hat einen Mollo bestellt. Scheiße, wie reicht das nicht? Ich glaube, ich hätte vorher schon Low haben müssen, ne? Das zählt nicht als Kill. Mhhh. I can go middle. Wie begrüßtet. Nee, nee, ich bin krass. Das weiß ich. Okay. Hört sich einfach an wie Trilox. Nein, wirklich. Dann wird das wohl liegen. Was ist das denn für ein Crosshair von Bratanek? Bratanek? What the hell is this Crosshair? Yeah, it's good, Crosshair, man. Is it? Yeah, it's good for shotguns. Okay. Kann ich dich essen? Ja, ich nehme leider nur Leute an, die ich kennen. Sorry. Weil ich schon mal den Fall hatte, dass Leute sich dann in Sparkles oder so genannt haben oder in Tweeday und haben versucht, sich Skins bei mir auszuleihen und wollten mich dann wegscannen. Deswegen nehme ich nur noch Leute an, die ich kennen. Okay, kein Spaß. Ich habe eh keine Skins. Eben. Und das sind dann die Leute, die sich versuchen, die Sachen bei mir reinzuziehen. Oh, middle, middle, middle one. Hier. No, 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 they're not. Er hört sich an wie jemand, der 13 Jahre alt ist, aber schon seit mindestens 10 Jahren raucht. Oh Gott, dieses Crosshair von Limmeltüte. Okay, das wird wieder eine wilde Mix-Lobby. Ich meine, ich war wieder 20 Minuten lang in der Queue. Ich glaube, das ist wieder eine Mix-Lobby. Hier. Ach du Scheiße. Flash for you, Penis? Schöne Flash. What is your name? I need to change. Yeah, I call you Penis, though? Oh, yeah. I love that. I like Penis. Let's go. Der Gegner ist. Matteo im Klatsch. Matteo im Klatsch. Da nehme ich mir auch ganz genüsslich nochmal einen Schluck aus meinem Dalu-Kart-Henkelbecher. Macht den Stuhl auf JDM und genießt einfach die Show, wie Matteo jetzt im Klatsch ist. Ich trinke so aus dem Strohhalm, will so ein richtiger Hund. Der wird so richtig schlecht am Spawn stehen, wie so ein richtiger Matteo. Der steht nicht hinterm Globus. Ich sage, wenn Alex Haker rauskommt, links close in der Franzi-Corner wird er stehen. Ja, ist echt da vorne. Oh, nice try. Oh, Matteo mit dem Klatsch. Das wird er auf Twitter direkt posten. Nice. Easy. Wir probieren es jetzt mit nahe rankommen. Come on! Guck ich auch immer direkt hoch, du Drecksau. Mit 5000RF, Alter. Mal wieder hier versuchen. Kinder, Schokoboss! Eins nach dem anderen! Rein, rein, rein! Und ich bin clean unterwegs, so kleine Drecksau. Du hier mit deinem Warleg, mit deinen frechen Haxen. Ich bin clean, Alter, und mach ihn fertig. So geht's los hier nämlich. Schön. Fincher defuse, hast du Eier? Ja? Nein. Ja! Let's go! Let's go! I'm just holding hot. I'm holding hot, exit. Garde. Nice. Let's go! Guck mal hier, ich bin drauf, ich bin drauf. Ich bin drauf! Wenn ich sage, ich bin drauf, dann bin ich drauf als Duisburger Stecher! Oh mein Gott! Ah, no! Lol! Let's go! Oh! Ja! Nice job! Orko holt sich auch 30 Minuten. Das Ding ist durch. Endlich hat dieses Elend ein Ende. Nicht mehr jeden Sonntag Solo. Das zwei. Geil! Komm, wo Geist, bitte, ich flehe dich an! Beim Draw muss ich nochmal! Nein! Schade, Mann! In a drop, Bobby? Baby? Baby? Oh, yes. What the hell? What the hell, mein Freund? Das Ding ist durch, Freunde. Das Ding ist durch. Ich habe Office durchgegangen. 16 zu 5 Fahrung! Lauf die Chatten nicht, wenn das jetzt echt nur Gold und Overs sind und so. Und ich habe Global und habe 17 Fracks und der hat 32. Das Ding ist durch, dass ich nicht im Stream suche, ich suche nicht im Stream, deswegen. So, und jetzt bitte einfach auch so eine Supreme-Rank-Lobby. Vielleicht ein, zwei Globals. KOMO! Und den Ball wie der Reh! Oh, ja, uncleane Global-Lobby. Auf fucking Training Global auch zurückgeholt. Dieser Spieler kommt aus der Türkei. Hat ein Face-It-Account verlinkt und Instagram. Das Face-It-Profil, was er verlinkt hat, war leider ein Jumpscare. Letzte Woche 31, heute 27 und es reicht wieder nicht. Und wieder geht einer aus meinem Team. Drei Runden vor Schluss bei 14, 13 Führung. Da hat er gerade seine Medizin bekommen, man weiß es nicht. Aber das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich wieder unlucky, dass das mit passiert, ne? Well played, nice. Ach, ist das schön, ist das schön! Warum kann er nicht mindestens jedes fünfte Match mal so sein wie das hier? Dass AIM sitzt, die Mates sind geil, jeder kommuniziert, jeder schlägt Sachen vor. Das ist einfach nur wunderschön gerade. Oh, sch***. So, guck, jetzt klappt es wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist keiner tilt, weil alle zusammen mitgegangen sind und man zusammen versucht hat. Als Team. Als Freunde, als Gemeinschaft. Und das ist Counter-Strike. Ja! Pretty nice, well done. Nice game. Erste Mal eine Map im First Strike geschafft. Agency. So, jetzt die Ranks. Das wird wieder witzig, oder? Gold 4. Da müsste eigentlich die Schamesrote gerade ins Gesicht steigen. Aber ich nehme es mit. Nice, gut game. Nice, wie die Ranks! Nice! Nice, gut game. Das war ein geiles Match. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel gemacht. Geil. Das war geil. Die Gegner, die werden wahrscheinlich ein bisschen tiefere Ranks gehabt haben. Aber die, das war ein geile Mates. So macht Counter-Strike Bock, ey. Warum nicht immer so? Schweine AIM. Failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine AIM. Schweine AIM. Die sind wie die Sch идst. Vielen Dank.